Die BASF Schwarzheide und der Seekampus Niederlausitz starten ein neues Modellprojekt zur Berufs- und Studienorientierung. Schülerinnen und Schüler können darin selbstständig und in Zusammenarbeit mit Unternehmen Themen bearbeiten und umsetzen. Sie lernen so regionale Unternehmen kennen und erhalten Einblicke für spätere berufliche Perspektiven. Umgesetzt wird das Projekt zunächst mit dem Emil Fischer Gymnasium und dem Oberstufenzentrum Schwarzheide. Vorgestellt wird das Konzept auch an Gymnasien in Elsterwerder, Cottbus, Hoyerswerder und Dresden. In den Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi hat das Klinikum Niederlausitz ein Angebot unterbreitet. Das Unternehmen bietet bei einer Vertragslaufzeit von drei Jahren eine Tarifsteigerung von insgesamt sechs Prozent. Die Beschäftigten der Rettungswache Senftenberg sollen eine besondere Gehaltssteigerung erhalten. Die genaue Höhe wird in der nächsten Verhandlungsrunde mitgeteilt. Auszubildende in der Gesundheits- und Krankenpflege sollen im dritten Lehrjahr eine monatliche Vergütung von 1.150 Euro erhalten. Das ist für die Region absolute Spitzenklasse, schreibt das Klinikum. Fortgesetzt werden die Tarifverhandlungen am 11. April. Grundsteinlegung in Senftenberg. In der Bahnhofstraße Ecke Sprenberger Straße entsteht in den kommenden Monaten eine neue Rettungswache. Sie soll voraussichtlich Anfang April 2019 die bestehende Einrichtung in der Krankenhausstraße ersetzen. Dort arbeiten derzeit 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie besetzen drei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug. Zudem sorgt die Wache seit 1994 als Lehrrettungswache für den Rettungskräftenachwuchs. Die neuen Räume gegenüber dem Krankenhaus sind Teil des sogenannten Gesundheitsspeichers. Ab Mitte 2019 sind dort unter anderem auch ein Sanitätshaus, Ärzte und weitere Dienstleistungsbereiche zu Hause. Bauherr ist das Gesundheitszentrum Niederlausitz. Die Bausumme liegt bei rund 5,5 Millionen Euro. Bärbel Kratzer ist neue Vorsitzende des Kreisseniorenrates Oberspreewald-Lausitz. Sie folgt damit auf Dr. Jürgen Störmer. Der Senftenberger war seit 2007 ehrenamtlicher Vorsitzender des Gremiums. Im November 2017 hatte er sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt zurückgezogen. Der jüngste Kreistag würdigte ihn für sein langjähriges Engagement. Bärbel Kratzer ist seit 2007 Mitglied des Kreisseniorenbeirates und bisher stellvertretende Vorsitzende. Sie ist zudem Vorsitzende des Seniorenbeirates in Senftenberg. Ferienkinder können vor Ostern in der Senftenberger Festung eigene Ostereier verzieren. Dienstag und Mittwoch zeigt Museumspädagogin Christiane Meister, wie das Wachs aufs Ei kommt. Und sie gibt Tipps bei der Gestaltung. Die Mädchen und Jungen können traditionelle Muster ausprobieren oder ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Im Anschluss können sie dann an der Wall-Eien noch einen weiteren Osterbrauch ausprobieren. Das Ostereier verzieren gibt es am 27. und 28. März von 14 bis 17 Uhr. Wer möchte, kann eigene Hühnereier mitbringen. Der Eintritt kostet 3 Euro. Die Lausitzer Jobtour macht am 27. März im Senftenberger Rathausstation. Von 9 bis 17 Uhr informieren Arbeitsagentur und Jobcenter über offene Arbeitsstellen in der Region. Einen schweren Unfall gab es Mittwochnachmittag auf dem Gelände des Tagebaus Welle zu Süd. Beim Überqueren eines Bahnübergangs war ein Lkw mit einem Kohlezug zusammengestoßen. Der 27-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Der Lokführer kam mit Schocksymptomen ebenfalls ins Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernahm das zuständige Bergamt. Graffiti-Schmierereien sind diese Woche in Senftenberg aufgetaucht. So wurde eine Fassade des Einwohnermeldeamtes und ein Gebäude in der Joachim-Gottschalk-Straße mit mehreren Slogans besprüht. Ein Hakenkreuz und der Schriftzug Nazi wurden an zwei Gartenlauben im Bereich der Niemtscher Straße entdeckt. Ein Rentner ist Mittwochabend in Senftenberg mit seinem Krankenfahrstuhl verunglückt. Der 78-Jährige kam in der Niemtscher Straße, Ecke Briska Straße zu Fall und erlitt eine Platzwunde. Ein Alkoholtest ergab über 1,2 Promille. Und in Ortrand wurde Kaffee im Wert von rund 1.000 Euro gestohlen aus einem Supermarkt in der Elster-Werder-Straße. Das war Seenland aktuell, liebe Zuschauer. In einigen Augenblicken geht es hier weiter mit meiner Kollegin Daniela Niebuhr.